Dieses zum Kauf angebotene gut gepflegte Mehrfamilienhaus befindet sich im Odenwaldkreis. Das im Jahr 1973 erbaute Objekt verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Es hat sieben Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 547 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 290 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 245.000 Euro zum Verkauf. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020